so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die tempest bombenrohre von funke ein sehr feiner artikel auf den nicht jeder zugang hat muss man jetzt sagen weil eigentlich sind die dinger ja gar nicht für den deutschen markt vorgesehen allerdings gab es die im funke store ins lubize und deswegen haben wir uns die mitgenommen uns erwarten hier drei feine röhrchen alle 30 millimeter und alle schön mit 25 gramm voll besetzt ich bin wirklich sehr sehr gespannt weil das ist was echt echt feines let's go lasst uns rausgehen so leute was sind jetzt die tempest bombenrohre ich habe es ja schon gesagt für den finnischen markt sind die nummer ich glaube die waren nummeriert hatte ich gesehen zwei genau so fangen wir mal mit den dränen an überall unfassbar in blau aber muss man sagen wären in deutschland legal f2 zulassung 25 gramm halt nur für den fünnischen markt gedacht also da gab es halt im funke store ins lubize woanders hat man die jetzt hier nicht herbekommen genau krass aber wie lange das gedauert hat bis sie gekracket haben ja deswegen war die zwei sehr sehr exklusiv hier ja jetzt machen wir auf jeden fall die zwei ihr seht nichts leute aber gleich seht ihr es wir haben ja auch so eine schöne durchschlagslunte ja es würde man so partyfeuerwerk zu machen auch schön und jetzt haben wir den letzten ja alter ha 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 herrlich wer an die teile rankommt kauft euch die für es z 8 es 3 1 0 es 1 quatt du auch